So. Dann, ich glaube, wir liegen noch gut in der Zeit, oder Alex? Du, hey. Ich habe nichts vor. Für die nächsten vier Stunden. Wenn nicht wieder der Kissen-Test ausfällt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin durchaus so ein Typ, der ein gutes Kissen zu schätzen weiß. Wir werden im Moment alle weggenommen. Du hast nicht mal mein Kissen. Wenn ich dir erzähle, ich bin auf dem Bett fast verbannt worden schon. Kinder machen alles kaputt. So, okay. Basti, komm rein. Das ist, heute ist alles on the stage, komm rein. Oh, ja. Sehr schön. Ja, ich tut mir leid, dass ich dich hier so einenge in deinem normalerweise sehr breiten Sitzplatz. Das ist schon ein bisschen selten. Ich muss schon die Uhr abnehmen, dass ich nicht irgendwann Timos Notebook hier kaputt schlage. Ich bin völlig verwirrt vorher gewesen. Ich habe alle Rechner eingeschaltet und dann, und jetzt? Kein Skype, kein Zeug. Kein Mumble. Internet egal, weißt du? Ja, was? Alles egal. Super. Sehr schön. Na gut. Picks für heute wollten wir machen, genau. Ich wollte einerseits picken von SanDisk, die größte Micro-SD-Karte der Welt. Die war wahnsinnig groß. Ich hoffe, du hast versucht, rauszutragen. Sie war festgeschraubt. Schade. Sie hatten halt so ein sehr großes Exemplar am Messestand. Dann kam der Manager raus und hat gesagt, nee, nee, so groß ist ha, ha, ha. Dann war sie noch so groß wie ein Backblech. Kann man viel über so SD-Karten erzählen? Nein. Man kann die Schreibgeschwindigkeit und die Lesegeschwindigkeit wahrscheinlich erzählen. Und das war's. Nee, also, aber tatsächlich, diese SD-Kartengeschichte bekam viel Coverage. Nee, aber ich hab ein anderes Produkt von denen noch mitbekommen. Oh, cool. Was sehr nett ist. Und zwar... Das hab ich nur auf Bildern bislang gesehen. Kann ich mal zeigen. Und zwar, das Ding nennt sich iExpand Base. Und zwar ist das so ein Hockey-Puck-großes Ding. Oben Gummi, unten Metallfuß mit Gummi dran. Und es hat auf der Rückseite Strom und unten einen Platz für ein USB-Lightning-Kabel. Das heißt, du nimmst dein eigenes Lightning-Kabel, steckst es dort in den Fuß rein. Was übrig ist, kannst du hier drum wickeln, dass das nicht übersteht. Und dann ist in dieser Base außerdem noch eine SD-Karte drin, hinten. Kannst du draufdrücken, holst du eine SD-Karte raus. Über so einen großen Adapter. Das ist jetzt eine große, aber du kannst auch eine beliebige andere reinstecken. Oder hab ich sie schon rausgeholt? Kann sein. Kann sein. Ja. Hab ich sie rausgeholt? Nee, die ist da noch drin. Basti hat vielleicht spitzere Finger. Mehr Geschick. Nee, die ist da auch als dauerhafter drin. Wir versuchen die mal rauszuholen. Das ist ja mit meinem SD-Karten-Eject-Tool. Da geht's. Da ist sie. So. Was dieses Ding jetzt macht, ist, das ist zum einen ein iPhone-Ladegerät mit 15 Watt. Du kannst auch ein iPad anschließen und das lädt dann hinreichend schnell. Und zum anderen, was das macht, jedes Mal, wenn du dein iPhone dort ansteckst, macht es ein Backup von Fotos und Kontakten auf das Ding drauf. Das heißt also, wenn, das ist so gedacht für Leute, die kein, ich denke, kein Cloud-Backup machen oder machen können oder machen wollen und trotzdem ihre Fotos gesichert haben möchten, aber jetzt auch nicht mehr ein iTunes-Backup vom iPhone ziehen. Das heißt also, jedes Mal, wenn du das, ist gedacht für einen Nachttisch, deswegen sieht es auch so ein bisschen hübsch aus. Das heißt, du stellst das auf deinen Nachttisch. Jede Nacht, wenn du dein iPhone ansteckst, zieht das alle Fotos auf die SD-Karte. Über Kabel. Über das Kabel. Muss ja schnell gehen. Ja, geht auch schnell. Das erste Mal ist ein bisschen langsam, weil es auch alle Fotos aus der iCloud-Foto-Mediathek nochmal holt und dort runterlädt und dort draufspielt. Okay, das heißt, es lädt die runter auf dem Phone und überspielt sie dann. Ja. Okay. Und du kannst dann, wenn das angesteckt ist, kannst du sehen, was ist auf dem Gerät. Drauf haben sie eine App. In der App kannst du sehen, was ist auf deiner Base, was ist auf deinem Telefon. Kannst du sagen, hier immer, wenn ich anstecke, bitte rüber kopieren. Ja. Und du kannst auch, wenn du ein neues Gerät hast, dann von der Base wieder auf das neue Gerät die Fotos zurückspielen. Aha, okay. Das supportet auch mehrere Geräte. Das heißt, wenn du eine entsprechend große SD-Karte reintust, kannst du dir mit der ganzen Familie das teilen und dort als Backup-Station verwenden oder halt für solche Urlaubsanwendungen, wenn du halt im Urlaub sicher gehen willst, auch wenn das iPhone gestohlen wird, möchte ich meine Fotos haben. Klar. Und steckst du es halt über Nacht dort an. Und ich fand das eine ganz nette Idee, so, weil laden musst du es eh. Klar. Und wenn du sonst nicht dran denkst, machst du auch kein Backup, weil es ist lästig. Also wird halt dieses Ding kombiniert, schnelle Ladestationen, die hübsch aussieht und das Backup entsprechend macht und kostet halt so 60 Euro mit der kleinen SD-Karte, aber du kannst auch jede andere reinstecken. Okay, das ist, das ist mal praktikabel so, praktisch gedacht. Fotos, das wichtigste Backupen, nicht den anderen Quatsch und laden gleichzeitig, finde ich ganz, ja, finde ich ganz praktisch. Sie haben so ein ähnliches Produkt. Ich finde es nicht sehr hübsch, muss ich sagen. Gut. Ja, aber praktisch ist es. Du hast so ein rosanes Telefon. Es ist... Ich lege das mal drauf. Kannst du mal sehen, wie hübsch das aussieht. Das ist, ja, die Kombination ist nicht so. Auf jeden Fall. Sie haben auch noch so ein anderes iX-Band-Produkt. Das ist quasi ein USB-Stick, der hat vorne Lightning und auf der anderen Seite, glaube ich, USB und dann kannst du halt da auch deine Fotos rausziehen. Aber das kombiniert nicht mit dem Laden. Und das ist halt die Kombination aus Laden und Foto-Backup und Kontakte-Backup, was vielleicht für Leute auch wichtig ist, wenn sie das nicht in die Wolke spielen möchten. Und fand ich ganz nett und man kommt relativ günstig davon halt mit diesen ungefähr 60 Euro für eine kleine SD-Karte und dann halt so viele SD-Karten nachlegen, wie man möchte. Oder man kauft gleich hier die 256-Gig-Version. Die ist ein bisschen teurer. Ah, sie verkaufen die in verschiedenen Speicherkartengrößen. Ja, genau. Aber 60 Dollar ist doch sehr fair für so ein Stück. Ja. Also AX-Band-Base kann man sich durchaus mal anschauen, wenn man kein Cloud-Backup haben möchte. Das war jetzt von SanDisk. Gut. Das war jetzt von SanDisk. Das war jetzt von SanDisk. Das war jetzt von SanDisk.